Das Publikum hat entschieden, er gewinnte Voice Senior. Er hatte mit seiner Stimme die Nase vorn im Herrenfinale der Musikschurte Voice Senior. Die Gesangstalente Fritz Bliesener, Jörg Kemp, Willi Stein und dann Lukas überzeugten jeweils ihre berühmten Juroren. Frauen hatten in der ersten Staffel des Oldie-Formats leider keine Chance. Nach den Entscheidungen der Koches war nun das Publikum dran, für diesen jung gebliebenen Kandidaten entschieden sich die Zuschauer. Von Klassik, über Rock bis hin zu Sul deckten die Finalisten alle Musikrichtungen ab. Durchsetzen konnte sich am Ende jedoch dann Lukas, der im letzten Butler-Help von den Beatlis auf seine unverwechselbar kraftvolle Art zum Besten gab. Nach der Verkündung auf Sat.1 ließ sich der Interpret von seinen Liebsten feiern und kommentierte seinen Sieg nicht weiter, der für viele Fans sowieso wenig überraschend kam. Die Promiflas-Leser waren nämlich ebenfalls von Anfang an überzeugt, Dante Mann hatte beinahe keine Konkurrenz. Er hat mich in meine Jugendzeit zurückgebracht und ich hatte jedes Mal genau den Song tagelang im Ohr, schrieb ein Netzooser begeistert. Dieser Meinung war auch Danskoach Sasa, 46, wenn jemand den Stempel The Voice Senior verdient hat, dann ist das dann. Er ist das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Er ist das, was ich mir darunter drilling und ist das, war es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017